ja moin und willkommen zurück zu minecraft wir werden wir werden wir werden wir werden wir brauchen ton haben wir da haben eine schaufel die facken kommen dahin gut wir werden uns einfach mal ton besorgen damit wir hier mal ein bisschen grüß rein kriegen also das habe ich mir jetzt so zumindest gedacht und er der sand nee hä haben wir sowas überhaupt hier irgendwo in der nähe mal kurz gucken oder böses haben wir kein ton also ton ton doch da hinten hier unten das heißt aber auch dass wir noch mehr kohle brauchen stein will ich nicht das will ich wir haben nichts zu essen dabei warte mal das heißt wir müssen erstmal was essen blub 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 ein paar blümies reinpasst dass wir uns das hier schöner machen rein theoretisch 1,2,3,4 könnten wir jetzt hier so genau wir bauen uns das hier erstmal nochmal aus oder oh hä sah so aus als ob wir hier einen knick drin haben aber doch nicht ich höre doch schon wieder ein skelett doch kein knick noch mal hi und ach komm hehehe haben wir eine Spitzhacke nicht aber Hacke, Hacke, wir brauchen Samen, wir brauchen das, Seeds, ja sollten wir auch mitnehmen, was haben wir, Haaresaat, Wolfberry, wo war da draußen, da hat keiner gefragt, kann man, ne die nicht, Weizen, wir brauchen mehr, Jucca, Agave, Wolfberry und Kartoffeln, oh warte mal, Ei, Top, Ei, so, Kürbis, ok, was lassen wir hier, Strawberries, Ne, so, Hacke, ey lass mich mal raus, die Tür zu, Junge, warte mal, das, ne, die brauchen wir hier unten, die weg, das weg, ähm, das, und so, zack, so, ähm, das, 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 ach, können wir auch ranfenzen, zack, 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 so, was haben wir hier, oh, Tomatensamen, zack, so, Baumwolle, Baumwollsamen, top, okay, was können wir aus Baumwolle machen, wenn ihr das wisst, schreibt es mal bitte in die Kommentare, guacke, hoppla, musst du husten, und hier, Maniok, was auch immer das sein soll, ähm, ja, ich kann mit denen zwar noch nicht viel anfangen, aber, wir nehmen die, wir halten die erstmal, was haben wir hier, oh, erpälen, ähm, gucken, oh, yeah, Hau ab, Hau ab, hab ich gesagt, Drei, Top, ähm, wir brauchen nochmal Fackeln, wir nutzen hier eine hin, wir setzen da eine hin, hier, und, hier, ich hoffe, das reicht dann erstmal, da noch einer, hinten sieht es auch noch ein bisschen zu dunkel aus, so, ja, unser Garten langsam gescheitert, Juhu, find ich gut, so, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Essens- Truhe, irgendwie so, ach, ich wollt ja noch, ach Mensch, verdammt, mach mal ein anderes mal, das kommt da noch mit rein, so, was habt ihr, 32, äh, Topf, äh, Blumentopf, ach, ok, Machen wir mal drei Stück, ach, kriegst du wieder, gehen wir mal kurz schlafen, zack, haben wir, haben wir, Samen haben wir hier, uh, wir haben Blümchen, passen, das sieht doof aus. So, hier runter. Nö, nö. Warte mal. So. Ja. Gefällt mir. Machen wir und da noch eine. So. Gibt es den Topf auch gebrauchen? Ähm. Eisen. Aber wir haben nur Klumpen. Wir brauchen mal eine Schere. Das heißt, wir bräuchten drei Eisen. Ei. Ach ne, nur zwei. Gut. Wir haben eine Schere. So. Mach mal auf. Pack mal wieder rein. Drei Eisen haben wir noch. Das heißt, wir müssten definitiv noch mal auf. Ups. Baum. Baumwolle. Ja, aber was kann man jetzt verflucht aus Baumwolle machen? Nix. Ach, wer weiß. Wir werden hier mal einen Baum stutzen, würde ich sagen. Bopp, bopp. Bopp, bopp. Wo ist er da draußen? Nee. So. Wenn wir uns uns das hier mal ein bisschen schöner machen. Damit man hier auch mal weil wir hatten doch hier. Guck mal, wir haben Erde wie Heu. Wollen wir mal da rein? Den lassen wir weg, oder? Ach komm, setzen wir den da hin. Hey. Guck mal. So, den brauchen wir. Ähm. Hä? Ist, wie war denn das? Ja. Nee. Druckplatte? Nee, wegwand. Auch nicht. Warte mal. Äh. Eichenholz-Tür. Pfeiltür. Ah, okay. Also. So. Guck mal, haben wir schon mal zwei. Okay, eigentlich müssten wir, dann müssten wir den wegnehmen. Warte. Wir werden den hier wegnehmen. Den hier. Und das denn. Guck mal kurz zu mir. So. Da können wir nichts hinpacken. Oder lassen wir das so. Das heißt, wir machen jetzt hier noch ein paar ran. Eigentlich müssten wir den hier auch weglassen. Na gut. So. Gib mal her. Ist was? Huch. Warte. Fasern. Okay. Das heißt, wir brauchen... Eiche. Das heißt, wir brauchen... eine... eine... Axt. Ja, wow. Die ist ja bald kaputt. Okay. Dann müssen wir uns eine neu machen. So. Drei davon. Habe jetzt auch nicht aufgepasst, ob wir noch eine drin haben. Und wenn, dann ist das so. So. Noch eine. Tür zu. Los geht an. Hi, Kumpel. Was geht? Tschüss. Schönen Tag noch. Such mal Eiche. Äh. Ja. Jetzt gehen wir auf Eichensuche. Das ist ja auch mal geil. Schön Schrank. Da hinten. Nö. Wir gehen mal weiter hier hin. Darüber. Wuhu. So. Was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwo Eiche? Äh. Nö. Aber wir haben ja hoffenweise... Oder wir machen hier aus... Ja. Lass uns mal hier raus machen. Danke. Wie heißt das? Tropenbaum. Aus Trope. Äh. Killen wir hier noch einen Baum. Was? Mal gucken. Vielleicht kriegt man ja auch... Vielleicht sehen die aus Tropenholz ja viel besser aus. Oh. 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 Bup, bup. Oh. Leehühnchen. Ach. Schon wieder so eine böse Fliege. So. Ab nach Hause. Wir können das nicht alles mit denen machen. Oder? Da müsste ich ja noch mehr Bäume scheren. Los. Rennen. Wir werden das hier nochmal abnehmen. Die hier. Dafür verwenden... Die werden wir auch noch irgendwie unterkriegen. So. Wollen wir mal... Wie viel kriegen wir? Sechs Stück. Ich finde, die sehen irgendwie hübsch aus. Das heißt, wir brauchen nochmal welche. Ich glaube, zwei Stück sollten jetzt noch reichen. Ja. Ja. Und den machen wir hier... Den lassen wir frei. Den auch. Müssen wir... Notgedrungen. Gib. So. Elf Stück. Sollte reichen? Ja. Reicht. Jetzt brauchen wir noch ein paar. Boing. Töne zu. Nicht, dass hier... Uns gleich wieder ein Creeper überrascht. Sechs. Acht Stück. Eine. Eine. Eine hat noch gefehlt. Ach, verdammte Hacke. Und ich habe keine Tropenholz mehr. Oh, Mann. Oh, Blaubeeren. Gleich mal. Nö, guck mal nicht. Na, gut. Uuuh. Habt ihr ihn auch gesehen? Wo ist er? Er lief doch hier rum. Vielleicht sollten wir uns hier auch noch ein Fenster reinbauen. Haben wir noch? Rabben. Haben wir... Mal rein da. Gut. Noch ein Höher? Warte mal. Ach, reicht eigentlich so, ne? Wir lassen das mal so. Nein. Nein. Ich hoffe, das geht. Wie ich mir das denke. So, rein theoretisch könnten wir den jetzt noch weg... Den wegnehmen und den... Was machen wir? Oh, weiter. Geht auf. So, dann kommen wir hier nochmal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier haben wir da 2 und hier haben wir 3. Müsste jetzt rein vom Verständnis her. Der noch weg. Der noch weg. Ich bin in den. Irgendwie feiere ich das. Sieht gut aus. Die schlossen mal so. Ich hoffe, Kollege Schnitzschuh ist jetzt da vorne weg. Wir werden gleich mal gucken. Erstmal werden wir hier unten... Alter, das ist der ganze Trupp von den Kollegen. Na geil. Aua. Au, 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 au. Weg. Tschüss. 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 Die scheinen hier zu kämpfen. Was wollen die? Ich habe euch nichts getan. Haut doch ab. Guckt mal, wie die gucken. Alter. Euch kriege ich. Was? Bloß ab. Hahaha. Ich würde sagen, das war es fürs Erste. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis dato. Haut rein. Auf Wiedersehen. Tschau. Tschüss.